Willkommen zurück zu Kirby Planet Rubberboard, mein Spaß macht es sich bei Kirby Starlight, machen wir jetzt in den Dappel Domain, glaube ich. Doch müssen so heißen Leute, es heißt eiskalt und sehr brutale Hitze. Weil erstmal fliegen wir mit dem Lufthau, jo. Und ich glaube wir nehmen halt Feuer mit, weil Feuer ist halt besser in Eis und Eis ist halt besser in Feuer. Ihr versteht, oder Leute? Ja, gut, dann sehen wir uns nochmal weiter. So, ähm, aktivieren, äh, achso wir müssen hier runter, okay. Ich glaube wir müssen jetzt Schalter aktivieren. Ne, oh, oh. Aber wir brauchen Feuer, Leo Luda, bitte, danke. Jetzt gehen wir wieder hier runter, okay. Und dann kriegen wir noch drei Puzzleteile. Das läuft gerade wieder, die Puzzleteile, jahu. Uh, jetzt schon, jetzt schon Feuer, okay, das ging jetzt ganz schnell. Oh. Okay, krank. Hoffentlich sind meine Nachbarn nicht diesmal so laut, wie das das Bohren in den, ja, in der Aufnahme zu hören ist. Zu Glück, ich glaube, es war nicht dabei. Also ich habe zumindest nichts gehört, außer ich bin komplett taub. Aber naja, ist das erste Mal im gesamten Leben sogar vorgekommen, glaube ich sogar. Deswegen, und ist hier wirklich nichts? Einscheinend hier nichts. Also okay, dann gehen wir weiter. Und dann ab in den nächsten Raum. Oh, Lava. Oh, da, oh. Ne, ich finde die Technik geil. Oh, guck mal, was sind denn da? Das sind Süßigkeiten. Hier, springen wir jetzt hoch. Ah, da habe ich was gesehen. Leo Loda. Generell, sollte ich mir den Feuer in Nyama machen. Das lohnt sich viel, viel mehr, als jetzt die ganze Zeit auf Leo Loda zu warten. Wir wissen ja, wie Computer sind. Sagen wir mal so, wie es ist. Ähm, oh. Oh. Okay, eigentlich ganz nice ist Rätsel. Nehmen wir mal hier hoch. Haben wir schon das große Puzzleteil? Also ist das Level vielleicht gar nicht so lang. Wäre schön. Ich finde diese Abschnitte sind nice. Aber man kann daraus eigentlich auch neue Level machen. Okay, sind ja eigentlich neue. Ja gut. Scheiß drauf, was ich gesagt habe. Bam, bam, bam. Hier, Leo Loda. Dein anderer Freund wird vernichtet. Jetzt könnte ich mir noch vorstellen, dass es nochmal in die Eiswüste geht. Ich glaube, es ist immer so zwei gegen... Ach, du Waddle-D. Hol das Glas raus, wir spielen. Okay, nein. Ich glaube, jeder kennt das Lied oder so. Und mich erinnert mich das immer gefühlt an den Kirby-Peitsche. Wir springen rüber. Okay, jawohl. Und ab in die Tür. Und vielleicht ist es jetzt sogar das letzte Gebiet. Ähm, okay. Hier aktiv... Aktivieren. Hier, Leo Loda, bitte hier einmal... Oh. Oh, Leute. Das ist die Festival... Ähm... Fähigkeit. Nimm jetzt einfach mal mit, glaube ich. Oh, jetzt gibt es sogar einen Boss. Okay, dann... Zeige ich euch mal, was sie kann. Party-Kracher-Angriff-Steig. Tut mir leid, Leo Loda. Ich muss dich halt wegschmeißen. Nein, Koch-Kawasaki. Koch-Kawasaki. Ey. Ich glaube, man kann den gar nicht kämpfen. Ach, aber ich koche... Ich kann kochen, wann ich will. Ich bin mir hier. Okay. Hamburger. Auf jeden Fall sehen wir das jetzt auch. Koch-Topf-Party. Ähm, Chefkoch. Dieser verlorene geglaubte Techniker mögt es dir, aus verschiedenen Zutaten eine Gerichte zu zaubern. Noch ein, zwei Freunde hinzufügen. Köcheln lassen. Fertig. Für mehr Pepp und Schaden. Halte den Knopf länger gedrückt und lass die Zutaten explodieren. Okay. Eine Frage. Wie viele Techniken? Der hat, glaube ich, nicht so viel. Nee, er hat gar nicht. Der hat gar nicht so viele. Aber dann nehme ich halt den Maler. Den Künstler. Oh. Poselteile, Poselteile, Poselteile. Ja, und auch noch Poselteile, Poselteile, Poselteile. Okay, dann gehen wir weiter. Und dieses eine Haar hier stört mich an ihn. Oh Gott. Zum Glück gehe ich langsam zum Friseur endlich, Leute. Ich glaube, ist ja auch nötig mal gewesen. Komm, eins. Kurbi, 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 Kurbi. Yay. 87 Sterne. Ja, gut. Oder Viral-Sterne. Oder wie Vital-Sterne. Irgendwie sowas hießen die doch. 2, 3 hier hin. Und nochmal hier. Okay. Ja, das Bild war vollständig. Ist ja auch langsam. Nice. Fertig gut. Hi. Hi. So, dann komm, let's go. Lasst uns mal rituelle Rundbeuten antreten. Und da haben wir einen alten Bekannten auf dem Pumpnale gesehen. Wahrscheinlich auch auf diesem Pumpnale, Leute. Hehehe. Oh, irgendwie hat es, es hat irgendwie was mit Western-Musik, finde ich. Da bilde ich mir das so ein, nur. Ich glaube, den Käfer habe ich euch auch noch nie gezeigt. Deswegen. Flügel gehen wir raus. Ich denke eh nicht, dass Flügel sehr gut zu denen hinkommt. Deswegen. Lassen wir das mal. Ich hoffe, es gibt noch mal eine Maxi-Tomate. Das wäre echt sozial. Egal. Hi-ja. Oh, nee. Freundes-Power. Okay. Freundes-Stern. Bäm, 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 bäm. Alle zerstören. Alle zerstören, Leute. Bäm, bäm, bäm. Juh. Rüber, rüber, rüber. Okay, ähm. Ah. Ach so. Okay. Man kann auch locken. Ja gut, aber ich bin gerade nicht echt gut da drin. Boah, gibt's hier, wo gibt's denn hier alles Sachen? Ich muss das hier mal ganz kurz. Brauchen wir den nachkommen? Weißt du was? Nehmen wir den einfach mal mit. Aber wegen den Puzzles halt erstmal schon. Sehr kibbel. Und weiter geht's. Ist das so ein kleiner Shooter-Level? Kann das sein? Wie gesagt, ich kenne zwar das Spiel. Ich hab zwar, wie gesagt, auch komplett durch. Aber, sagen wir mal ganz ehrlich, es ist schon lange her. Äh, okay. Ähm, hierhin. Runter, einsammeln. Aber warum alle jetzt zerstören? Da ist ne Tür, ähm. Ich weiß nicht, ob ich hier rein soll. Ich schaue ganz kurz mal hin. Ja, soll man da rein? Okay. Okay, doch, okay. Und kann das gleich sein, dass mein Wecker klingelt? Ah, okay, nee. Mein Wecker klingelt noch nicht. Ich bin so ein Typ, oder ihr kennt doch... Ich weiß nicht, ob ihr es selber habt, aber so... Ich brauche gefühlt zehn Wecker, um dann aufzustehen. Doch das Ding ist, dann stehe ich meistens früher auf, als ich aufstehe. Und dann war es das mit, ähm, den Weckern. Und ich muss das irgendwie dann anders korrigieren. Deswegen muss ich ein bisschen umgucken. Ah, hier ist das goldene Puzzleteil. Oder das Regenbogenpuzzleteil. Ah, einsammeln, Leoloda. Danke. So, ich glaube, hier unten ist auch langsam, wenn der Boss müsste eigentlich kommen. Ja, hier. Ich glaube, dass da unten erspare ich mir mal, was da ist. Ich glaube, da unten ist jetzt nichts Wichtiges, würde ich jetzt meinen. Und wir landen auf einer Plattform, einfach so. Die Luft ist ganz, ganz dünn hier oben. Ich würde eher, glaube ich, den hier mitnehmen. Weißt du was, Leute? Ich nehme nochmal Leoloda mit. Für meinen Bumerang. Und ich weiß halt nicht, was ich nochmal für Power da oben kriege. Deswegen, mal ganz kurz. Machen wir mal ganz hart einen Feuerbumerang. Danke. Ah, ich krieg's sogar so, Leoloda. Okay. Flügel. Stecki. Oh, Stecki. Oh, das sind jetzt alles Elemente. Äh. Okay, das Team wird so scheiße sein. Das wird so scheiße sein. Oh. Aber Leute, man kann auch das da machen. Nein. Sehr gut. Der einsame Kämpfer. Meta Knight. Okay, wir kriegen das Feuerschwert. Brutzeschwert. Okay, Meta Knight. Wir kämpfen gegeneinander. Verstanden? Und als, als... Oh. Ein Kampfduell. Nein, Kirby. Geht in die Offensive. Grems an. Natürlich sind die OP da. Also, ja. Wir haben gut Schaden gemacht. Das ist nicht gut. Moin. Jetzt wird's ein bisschen unübersichtlicher. Okay. Okay. Oh, Mann. Oh, wir haben geblockt. Okay. Ich glaube, ich nehme ja mal einen Blitz, oder? Ich glaube, das hat einfach nur Blitzschwert. Ich glaube, ich habe, glaube ich, euch... Gar nicht, hat das gar nicht gezeigt. Ja, stimmt. Meta Knight. Verdorben. Verdorben von der Kraft des dunkles Herzens. Wurde eine unkontrollierende Wildheit in Meta Knight freigesetzt. Der Stärke hat seine Hingabe zur Reinheit. Der war Kämpfkunst zu sein scheint. Diese Wildheit kann man ja nur in jedem Hieb und Stich seine Schwert erkennen. Und das ist halt, wie gesagt, das Schwert. Das habe ich, glaube ich, aber schon vorgelesen. Okay, weg. Glaube ich. Oder? Na, komm, Kirby, Kirby, Kirby! Er hat nicht mal viel, er hat nicht mal viel. Okay, danke, Leo, Luder. Geil gemacht. Gut gemacht. Und wie immer zerbricht seine Maske, nachdem Meta Knight verloren hat. Zufall, ich weiß es nicht. Da, 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 da. Stimmt, hier gab es ja auch ein Goldenes. Äh, Regenbogen, Pulsetal. Was habe ich mit Goldenes nun? Mann! Kannst mal in anderen Let's Plays noch sagen? Mondmünzen? Sterne? Ich habe eine Ahnung. Äh, was noch? Illus... Äh, Sieg... Insignien, oder so? Okay. Okay. Weiter geht's. Und drei Puzzleteile, ganz wenig und natürlich das Gollene. Das Traumfreund Meta Knight ist nun verfügbar. Und neue Traumfreunde wie Magolor, Tarantan und Susi sind verfügbar. Restung der Schatten, Störbastion, selbst der störische Meta Knight ist in der Bösartigkeit der Gegner verfallen. Zu allen Überflücks ist auch noch ihre unhaltvolle Festung aus dem Nix erschienen. Was wollen sie nur aus diesem Land? Aber Nix hält Kirby und seine Freunde auf. Genau so ist es. Und wir machen weiter in der Störbastion. Wir gehen nun zum Angriff rüber. Kirby fusioniert mit seinen Freunden auf zum Torhausstraße. Untertipps spielen? Ja, Spiele untertippt. Obwohl, ich weiß es gar nicht. Ja komm, ist egal. Danke, jetzt hast du mich verunsichert. Neuer Gegner. Und ehrlich, ich glaube ich nehme ihn sogar. Man nennt ihn auch sehr oft Nest, sagen sehr viele. Finde ich auch. Psycho, entschwinde durch die Kräfte deines Geistes und nutze die ganze Band. Weitere deiner Kräfte mit Hilfe von Steuer, äh, oben verteidige dich zum Beispiel mit physionistischen Weisheiten. Und auf Feuer eine physionistische Ladung mit Elektroport ab. Auf jeden Fall, das können wir machen. Ich liebe diese Taktik. Oder ich liebe das generell, das da. Ich glaube gar, ich glaube hier gab es gar kein, äh, Puzzleteil oder, oder doch. Ich weiß, also Puzzleteil schon, aber ich weiß jetzt nicht, ob. Äh, Schalter, so. Äh, das, das nehme ich gerne mit, äh. Und wir klingen das Blitz, Jojo. Na? Ah, na, okay, das war vielleicht nicht so gut. Äh, hier ist sonst wirklich nichts mehr? Oh, okay. Oh, den Beam. Der ist, der ist ja auch, wie gesagt, im letzten Part echt eine geile, äh, Fähigkeit geworden für mich. Ich weiß mal nicht, aber warum, aber ich finde ihn inzwischen halt echt nice, wie gesagt. Äh, okay, hier brauchen wir. Guck mal, was wir, hier brauchen wir, ah ne, wir brauchen hier sogar. Ich glaube, man braucht unbedingt hier's Tyshow. Aber ne. Naja, hier hoch. Aktivieren wir mal das hier. Um irgendwas. Äh, Eis würde ich vielleicht mitnehmen sogar. Gegen Dora werden wir den tauschen. Joa, gehen wir mal hier rein. Ah, stimmt mal, das hab ich euch noch gar nicht gezeigt. Stimmt. Hopstar, la, 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 schwubi, du, du. Stell mit insgesamt drei Lieder an deine musikalisch-talente Show. Sammle Energie, um lauter zu singen. Schmitte mit Freunden in einer Explosionsständchen oder Veranstaltung gemeinsam. Ein infalletischendes Rock-Konzert. Eigentlich ist das auch schon so eine Andeutung, dass meistens, glaube ich, ein Miniboss kommt, wenn man die Fähigkeit hat. Deswegen nehm ich, glaube ich, mal hier sowieso ich, ohne jetzt irgendwas zu zerstören. Purselteil. Oh, das ist ein God. Hier hätten die das Versteckte hinmachen sollen. Ich hab's noch weiß. Sagen wir mal so, dieses Puzzleteil ist eins, was du, wenn du es findest, dann kannst du es nie wieder vergessen. Weil es halt so OP ist. Natürlich kann man den Popstar auch nicht, wie heißt das, verwerfen. Ist ja logisch, weil, ich hab mal vor, du hast eine Popstar an mir, die so, ah, 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 machen. Und dann war es auch mit dem Endboss des Jahrhunderts eigentlich. Oder generell mit jedem Boss der Welt. Nein, Komo, ich, ich, ich mag zwar die Spinne irgendwie nicht, aber egal. Okay, ich glaube, das Blizzard-Jujo haben wir auch schon gesehen. Wie, da springt jetzt jemand. Oh, ein Boss kommt. Das erkennt man, wie gesagt, an dieser Tür. Verteidiger-Duo Pon und Kon. Okay, Pon und Kon. Was habt ihr denn so drauf? Pon und Kon. Pon und Kon versperren den Zugang, ausgestattet mit finsteren Rüstungen verteidigen, verteidigen diese streitbare Kreaturen ein Tor und werden die Starlights mit Sicherheit nicht kampflos passieren lassen. Okay. Wo ist denn, mein güter Freund? Da unten wollen wir dich mal aufladen. Zerstören wir die mal alle. Okay, Hälfte abgezogen. Oh, jetzt habe ich keine Fähigkeit mehr. Leider. Oh, nice. Oh, nochmal gut abgezogen. Ah, nein, 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 nicht. Oh, nein, 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 nein. Kade, ich dachte ich kann es einsaug. Ey, habt ihr Essen bekommen? Woher? Nee. Na, das ist mit Popstar halt immer so eine Sache. Du kriegst den Gegner schnell tot, aber beim Bosskampf ist so eine Frage. Mit dem Meme geregelt. Oh, wie süß. Und nun öffnen die uns das Tor. Wo wir festgehangen sind. Yay. Und wir haben uns zwei neue Freunde kennengelernt. Äh, Prüsselteil, joa. Wie gesagt, fertig. Okay, hier fehlen noch mal ein Malo. Okay, tut nicht gut. Jetzt sogar im nächsten Part komplett. Ja, dann würde ich sagen, ich spende auch hier den Part wieder. Wir haben wieder drei Level geschafft. Das ist mal eine Quote, was ich haben will. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like gelassen. Abonnieren nicht vergessen, um in der Störbastion weitere Abenteuer zu erleben. Wie zum Beispiel in der östlichen Wahl. Ich sage mal, tschau, bis dann und tschau, tschau. Schau. Jake Tschau. Schau. Untertitelung des ZDF, 2020